Willkommen zurück zu Let's Play Shadowbringers Final Fantasy XIV mit dem duften Typ, der duften Mieze, der duften tiefer Puppe und mein Vollstrecker eingepackt in meinem kleinen Jutesack. So, schön dass ihr wieder da seid. Ich freue mich auch wieder für euch da zu sein. Und wir wollen mit Lina reden, die hat noch ein bisschen mehr Informationen über Monsieur Crystal Exarch oder Graha Tia, wie er eigentlich heißt. Der kommt nämlich auch aus der Ursprungswelt und ist hier rüber gesprungen mitsamt des gesamten Kristallturms. Ähm, wo auch immer der sich jetzt gerade versteckt. Da ist er, da ganz groß. So, ähm, ja. Sie ist sozusagen anscheinend seine Ziertochter etwas einer Art, würde ich behaupten. Du machst schon wieder Ausflüge? Ich dachte du würdest noch immer in deinem Quartier ruhen. Eine willkommene Überraschung, wenn jetzt noch der Crystal Exarch zurückkommen würde. Es war dieser Dämon, der ihn mit sich nahm, nicht wahr? Deine Freunde sagten, dass sie einen Hinweis haben, wo er sich aufhalten könnte. Erst als ich sah, was mit dir passiert war, verstand ich, warum sie nicht sofort ausgerückt sind, um den Exarchen zurückzuholen. Es ist eine Tragödie. Aber ich frage mich, ob er nicht vielleicht wusste, dass so etwas passieren würde? Bevor er nach Colusia ging, gab er mir diesen Schlüssel. Er ist für eine Tür im Okulat, die zum Umbilicus führt. Eine Kammer in der Mitte des Turms, zu denen niemand außer dem Kristallikzeichen Zutritt hat. Er trug mir auf, nach seiner Abreise niemanden in den Turm zu lassen. Nur in dem Fall, dass Sündenvertilger angreifen, sollte ich den Umbilicus betreten und die Verteidigungsanlage aktivieren. Es war das erste Mal, dass er mir so einen Befehl gab. Ich hielt es für eine Vorsichtsmaßnahme für den bevorstehenden Kampf gegen Vorsery und nahm den Schlüssel. Doch jetzt frage ich mich, ob das alles war. Er sah anders aus an dem Tag. Er machte ein Gesicht, als wüsste er, dass ein schweres Schicksal auf ihn warte. Wenn du etwas weißt, dann sag es mir bitte. Was hatte der Kristallikzeichen vor? Warum seid ihr wirklich hier? Ich rede nicht darüber, sorry. Entschuldige, ich sollte diese Fragen nicht stellen, wenn er nicht hier ist, um sie zu beantworten. Ich vertraue dem Exarchen. Und du bist bestimmt nicht hier, um meine Neugier zu stillen. Sag, was kann ich für dich tun? Da muss ich mal eben kurz husten. Verstehe, du hast selbst Fragen, die dir auf der Seele lasten. Ich denke, es ist deine Zeit, ein paar Antworten zu erhalten. Ich werde den Umbilikus für dich eröffnen. Ich habe das Gefühl, dass es nur zum Besten des Kristallikzeichen ist. Das klingt doch mal gut. Endlich erfahren wir ein bisschen mehr von dem Dude. Oh, ich dachte, jetzt kommt eine schöne Cutscene oder so. Aber nein, der Komplize. Ich werde den Umbilikus öffnen. Vielleicht findest du sogar einen Hinweis darauf, wie wir den Kristallikzeichen wirklich helfen können. Wir treffen uns im Okular. Und da fädet sie einfach durch mich durch. Wie freundlich. Aber das ist schon okay. Einfach mal kurz rüber teleportiert. Ich finde, das ist eine wunderschöne Schnellreisemethode, dieses Herumteleportieren. Und husch, los geht's. Ab über Schotter und Steine. Über Rasen und Fliesen. Da, wo die Kühe grasen, da müssen wir hin. Ich singe dieses Lied, weil mir sonst nichts einfällt, was ich labern soll. Hauptsache, ihr habt Spaß dran. So. Ja, natürlich möchte ich da rein. So, klar, Kommandantin Lina hat sich bereits angekündigt. Sehr schön. Ich habe den Umbilikus für dich geöffnet. Du kannst eintreten. Ich werde auf dich warten. Lass mich wissen, wenn du fertig bist, damit ich die Tür wieder verschließen kann. Ich bin Vorsprung. So. Maunen. So. 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 Also, Kristall Exarch. Nein, dein richtiger Name war ja Grahatia. Du bist also nicht von hier, sondern aus der Ursprungswelt. Und du behauptest, aus einer Zukunft zu kommen, in der die achte Katastrophe eingetreten ist? Du hast die Grenzen von Zeit und Raum überquert, um die Auslöser der Katastrophe zu beseitigen und so die Heldin vor dem Tod zu retten? So und nicht anders ist es, auch wenn es dir noch etwas unglaubwürdig erscheinen mag. Nein, ich bezweifle es nicht. Weder was die Katastrophe betrifft, noch was du über dich selbst gesagt hast. Aber es gibt viel zu bedenken. Dürfte ich dich bitten, mir zu erzählen, wie es zu all dem kommen wird? Selbstverständlich. Wo soll ich anfangen? Ja, am besten mit Sid Garland. Er und eine Handvoll seiner Leute haben die achte Katastrophe überlebt. Sie suchten fieberhaft nach einem Weg, dem nicht enden wollenden Krieg Einhalt zu gebieten. Während eines Abenteuers mit der Heldin kamen sie auf eine Idee, die sie unter Einsatz ihres Lebens verfolgten. Es galt, den Fluss der Zeit umzukehren und quer durch den interdimensionalen Riss zwischen den Welten zu springen. Doch sie waren alt und ihr Ende nahte. Sie beschlossen, es der nächsten Generation zu überlassen, ob der Plan in die Tat umgesetzt werden sollte. Dies geschah zu einer Zeit, in der der Krieg noch immer wütete. Die Völker beraubten und mordeten sich gegenseitig und es gab keine Anzeichen für Hoffnung. Man hielt die Welt für verloren. Die Völker hätten ihre Zukunft verraten. Doch dann geschah es. Endlich sagte jemand, es ist genug. Ich bin nicht in diese Welt gekommen, um die alten Kämpfe fortzuführen. Ich bin hier, um eine neue Welt zu schaffen. Ich werde das Wissen nutzen, das die Weisen uns hinterließen und die Katastrophe aufhalten. Diejenigen, die der gleichen Ansicht waren, machten sich daran, Sids Plan in die Tat umzusetzen. Erst 200 Jahre nach Ausbruch der Katastrophe gelang es, den Kristallturm in Gang zu setzen. Und damit erwachte auch ich, der Hüter des Turms. Zu diesem Zeitpunkt waren die Auslöser der Katastrophe und die Vereinigung mit der ersten Splitterwelt bereits gut erforscht. Also wurde der Turm nach Sitzplänen umgebaut und mit der erforderlichen Energie gespeist. Du hast den Turm in die erste Splitterwelt versetzt, in eine Zeit vor der Vereinigung der Welten. Ich wollte kurz vor der Verschmelzung eintreffen, doch ich schoss um knapp 100 Jahre über mein Ziel hinaus. Die unterschiedlichen Zeitflüsse zwischen den Welten sind wirklich äußerst schwierig zu berechnen. Doch das erwies sich als unerwarteter Glücksfall. Schließlich brauchte ich Zeit, um sie zu rufen. Sie, ohne deren Gabe des Lichts, die Sündenvertilger nicht zu besiegen waren. Ein außergewöhnlich durchdachtes Spiel. Es grenzt an ein Wunder, dass du es Zug um Zug in die Tat umsetzen konntest. Doch wenn du die Geschichte umschreibst, dein gegenwärtiges Ich wurde zum Teil in der Zeit nach dem Eintritt der Katastrophe geformt und bleibt mit ihr verbunden. Wenn dieselbe nicht eintritt, werden die Fäden deiner Existenz auseinandergezogen und neu geknüpft. Das muss dir doch bewusst sein. Ja, das ist mir natürlich klar. Deswegen hat Sitt die Entscheidung auch allein demjenigen überlassen, der den Plan ausführen würde. Sein Leben ganz einer Sache zu widmen, ohne Eigennutz und nur zum Wohle anderer, ist keine leichte Angelegenheit. Besonders in einer Welt voller Zwietracht, die dem Krieg verfallen war. Aber es gibt einen Grund, warum ich es tue. Sie, die Heldin. Wir alle sind durch ihre Geschichten verbunden. Egal, wie aussichtslos der Kampf war, immer hat jemand das Banner hochgehalten. Egal, wie hoffnungslos die Reise schien, jemand hat immer ein neues Lied angestimmt. Denn sie haben Erzählungen von ihren Heldentaten gehört und darin den Mut gefunden, weiterzumachen. Sie stehen in den Annalen der Geschichtsschreiber, die von befreiten Ländern und neuen Allianzen berichten. Sie stehen in abgegriffenen Chroniken, wieder und wieder kopiert und weitergereicht. Sie wandern von Mund zu Ohr vorgetragenen Liedern und Gedichten, um die Geister der Nacht zu vertreiben. Auch diejenigen, die gegen die Katastrophe kämpften, waren von ihnen inspiriert. Sie schauten zu ihr auf, wie zu einem fernen Stern, dem man seine Wünsche ausspricht. Ich weiß, was sie ihr sagen würden. Dein Tod war nicht umsonst. Durch dich lebt unsere Hoffnung. Wir werden dich nie vergessen. Ich bin nur ein Bote, ein Handlanger. Ich führe einen Plan aus, der ihr das Leben zurückgeben soll. Warum erzählst du mir das? Auch dafür gibt es einen Grund. Ich möchte, dass du zu meinen Komplizen wirst. Du selbst hast dich für diese Rolle empfohlen, als du mir verrietst, wie du von der Flut erfuhrst und Minfilias Reise in die erste Splitterwelt in die Wege leitetest. Du bist ein scharfsinniger Denker und entschlossen, diese Welt zu retten. Dir kann ich vertrauen. Du wirst es verstehen. Was verstehen? Wenn der Plan vollzogen und der letzte Lichtbringer besiegt ist, werde ich das Licht in mich aufnehmen und sterben. Irgendjemand wird versuchen, mich davon abzuhalten. Einer deiner Freunde oder, wahrscheinlicher, die Heldin selbst. Aber dazu darf es nicht kommen. Du musst mir helfen, meine wahre Identität und meine Absichten zu verbergen. Aurion J. Du hast das Wissen um die achte Katastrophe nicht von mir. Du hast es im Riss zwischen den Dimensionen gesehen. Hältst du das wirklich für das Beste? Du hast es im Riss. Als ich in der Zukunft erwachte, hörte ich die Barden ihren Namen singen. Davon mein Schicksal besiegelt. Glaubt mir, ich habe genug Zeit gehabt, um über alles nachzudenken. Mein Entschluss steht fest. Ich werde sie retten. Du musst auf dich Acht geben. Wenn das Licht wieder außer Kontrolle gerät, könnte es das letzte Mal sein. Es wird dich verwandeln. Es dürfte ohnehin nur eine Frage der Zeit sein. Was wirst du tun? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Emmett Selch erwähnte doch etwas von stürmischen Wogen, oder? Kulusia liegt im Meer der schwarzen Winde. Bestimmt hat er dort im Meer seinen Unterschlupf. Na also endlich mal wieder ein Funken der Hoffnung. Für unsere kleine Mieze. Naja, eigentlich nicht. Eher für den Kristallix-Eichen. Aber egal. Lina, Bescheid geben, dass sie die Tore wieder schließt. Hast du die Antwort gefunden, die du suchst? Dann verschließe ich den Umbilicus wieder. Lina, woran denkst du, wenn du die stürmischen Wogen der schwärzesten See hörst? Das klingt gut. An Tempest. Das ist die gefährlichste Region im Meer der schwarzen Winde, das Kulusia umgibt. Schiffe fahren dort keine hin. Aber mit einem Amaro könnte man es vom Flugsteig aus erreichen. Das ist doch mal eine Ansage. Was? Da willst du hin? Jetzt? Alleiner? Ich weiß nicht, ob das... Ich werde dich nicht aufhalten. Geh und kehre mit guten Nachrichten zurück. Das klingt doch endlich mal nach Tatendrang. Selbst wenn wir Licht im Strahl kotzen, sind wir immer noch voller Tatendrang und scheint es gar nicht so schlecht zu gehen. Könnte man an dieser Stelle meinen. Ein Amaro richte Kulusia ein. Moment, es soll der flinkste gesattelt werden, der in unseren Stallungen haust. Wo genau soll seine Flüge dich hintragen? Nach Tempest. Nirgends ist das Meer der schwarzen Winde tiefer. Inseln gibt es dort keine, die Amaros vermögen, auf der Wasseroberfläche zu landen. Aber was sollst du dort wollen? Nun, ich überlasse es deinem Gutdünken. Hier bist du also. Als wir hörten, dass du aufgewacht bist, sind wir alle so schnell gekommen wie möglich. Dein Blick verrät mir, dass du die Wahrheit bereits kennst. Du hast sie in der Vergangenheit gesehen. Orangé hat es uns erzählt, wer der Kristall-Exarch ist und was er vorhat. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass ich die Wahrheit verschwiegen habe. Ich wusste, dass du irgendwann den ganzen Plan des Kristall-Exarchen erfahren würdest. Und ich war bereit, die Konsequenzen zu tragen. Das bin ich immer noch. Du kannst über mich urteilen, wie dir beliebt. Doch ich habe eine Bitte an dich. Lass mich mit dir gehen. Ich möchte dir mit meinem Wissen helfen. Ich verneige mich vor deiner Gutmütigkeit. Ich werde alles tun, damit du deine Entscheidung nicht bereust. Ich bin dagegen. Nicht, dass Orangé dich begleitet. Sondern, dass du gehst. Ich habe Angst um dich. Ich habe nur das Allernötigste getan. Das Licht kann jederzeit wieder außer Kontrolle geraten. Du musst dich noch schonen. Wenn wir uns anstrengen, finden wir bestimmt etwas, das dir hilft. Wenn wir uns anstrengen? Was sollen wir denn noch machen? Alizé, Rine will doch nur... Ich weiß, was sie will. Ich will es ja schließlich auch. Aber was nützt ein Versprechen, wenn man es nicht halten kann? Wir haben wie besessen nach irgendeiner Heilung, einer Linderung gesucht und nichts gefunden. Da bringt es doch nichts, jetzt wieder das Gleiche zu versprechen. Man... Man kann doch nicht... Wir kommen auch mit. Wir können selbst etwas Trost vertragen. Und den finden wir am ehesten, wenn wir uns zusammen auf den Weg machen. Ich habe auch keine Lust, einfach nur auf deine Rückkehr zu warten. Lass uns dich begleiten. Es wird schon etwas geben, wobei wir dir helfen können. Einverstanden? Können wir denn auch was für euch tun? Wir wissen zwar nicht genau, was ihr vorhabt, aber es ist was ziemlich Wichtiges, oder? Wenn wir irgendetwas tun können, um der Wertenkriegerin der Dunkelheit zu helfen, dann sagt es uns. Hast du ihnen etwa was erzählt? Nein. Von mir wissen sie nichts. Ganz bestimmt nicht. Wir sind von allein darauf gekommen. Es war aber auch nicht schwer. Schließlich kam die Nacht immer genau da zurück, wo ihr gerade hingegangen wart. Ich habe es mir von Anfang an gedacht. Schon als der erste von euch hier auftauchte. Angeblich aus der Heimat des Kristall-Exarchen. Er hat die ganze Zeit auf irgendjemanden gewartet. Und als du kamst, war er auf einmal wie verändert. Mir ist es auch aufgefallen. Ich war dabei, als er dich am Tor abgeholt hat. So aufgeregt habe ich ihn in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das war nicht normal. Wir wissen nicht, woher ihr und der Kristall-Exarch kommt, oder warum er euch so für uns einsetzt. Aber dankbar sind wir euch dafür, auf jeden Fall. Wir wollen auch unseren Teil beitragen. Also bitte, wenn es etwas gibt, was wir tun können, sagt es uns. Das wäre ein ganz schöner Trupp, wenn wir die alle mitnehmen. Was denkst du, werte Kriegerin der Dunkelheit? Was denkst du, werte Kriegerin der Dunkelheit? Na, ausgezeichnet. Hier sind alle guter Laune. Das finde ich herrlich. Und Hm. Ähm, ja. Mit dem Blick auf die Uhr sind wir ein bisschen eher da. Das setze ich als... Machen wir hier eher Schluss. Das setze ich als Bonus für die eine Folge, die über eine Stunde ging. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ähm, wenn ihr mir böse seid, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mir nicht böse seid, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr richtig böse seid, dann schreibt mir noch einen Kommentar dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald! 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 Bis zum nächsten Mal.